Seit Montag, den 14. März 2022, erscht in reine helle Aufregung. Grund hierfür ist die Vollsperrung der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring-Lingener-Damm. Nachdem hier bereits 2012 das gesamte Gleisbett erneuert wurde, wir berichteten seinerzeit darüber, war nunmehr der Straßenbelag fällig. Die umgeleiteten zahlreichen PKWs und LKWs belasten seitdem die Kreuzungen der Innenstadt von Rheine zusätzlich. Mit großen Maschinen wird hier der heiße Asphalt millimetergenau eingebracht. So gehen die Beteiligten davon aus, dass die gesamte Kreuzung bereits am 22. März wieder komplett freigegeben werden kann.